Wollte der den gerade erschießen? Da war übrigens gerade Yuri Gagarin zu sehen, der erste Mensch im Weltraum. Er hochschaffsfreigestaltet, ja, ich glaube schon die fünfte. Humbomben-Tests, von F. Kennedy, Präsident 61. Ich weiß nicht, ich glaube ich 64. Was ist das, mein Mann? Diese gröbeln Geschenke in meiner Hälfte! Stimmt bleibt da unten Bedrohung beseitigen. Ach doch nicht. Wieder mal nur die wichtigen Fakten hier. 63, da haben wir ja das Datum. Also war es doch Kennedy. Ein Zeichen vom Weaver, wir müssen los. Wachsam bleiben, Mason. Gehen wir, mal los. Oh, eine M5K ist das, glaube ich, hier. Oder MP5. Der Komlatsch. Wesky kommt zurück. Los, X-Ray. Soyuz 1 startet gleich. Sind unterwegs. Over. Roger. Uns rennt die Zeit davon, Mason. Na los. Ja, ja, ja. Ich schaue mir gerade diesen Magnum-Verschnitt an. Ah, MP5K. Also MP5 und M5K habe ich doch gar nicht mal so unrecht gehabt. Ah, eine Rakete. Könnte man doch einfach einen Luftschlag drauf anordnen. Nein, 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 da ist was faul. Es ist viel zu viel los. Yankee 1-3, Bericht. Yankee 1-3, Bericht. Wie weit vom Besteller? Wie beschäftigt das da? Mal sehen, was da draußen ist. Ach, komm. Der Countdown läuft schon. Da ist die Soyuz 2. Sie startet 10 Minuten nach der Soyuz 1. Da vorne ist die Kommandozentrale. Mason, Aktivität auf der Straße. Sieh's dir mal an. Scheiße, es ist Weaver. Er ist aufgeflogen. Ihr Kollege will mir seine Anwesenheit in dieser Anlage nicht erklären. Wer ist das verdammt? Ergeben Sie sich. Wir behandeln Sie angemessen. Das ist Kravtschenko. Die rechte Hand von Dragovic. Das ist die einzige Warnung. Wir können nichts machen. Viva hat's erwischt. Ich weiß. Sie haben die Wahl. Das ist nicht gut. Tschüss Kollege. Verdammter Scheiße. Die Whisky schon in Position? Roger, X-Ray. Whisky hat die Straße im Visier. Weaver haben sie erwischt. Die Basis wird alarmiert sein. Position halten. Wir sind unterwegs. Roger. Ja, ja. Okay. Los geht's. Lass mich doch mal reden hier. Ist ja unglaublich. Ich hab auch nichts geredet. Ja, keine Ahnung wo ich hin muss. Aber ich renne jetzt einfach mal drauf los. Ich glaub viel mehr muss man im Black Ops 2 machen. Ah, muss ich bestimmt mich irgendwo hier verstecken. Zurück in Deckung. Die sehen uns sonst. Der Hubschrauber ist hinter dir. Ich war in Deckung. Idiot. Nur weil ich nicht in den richtigen Punkten in Deckung gehe. Ich werde es nie akzeptieren. Nie. So, jetzt machen wir mal einen Test. Elikopter im Anflug. Bewegung. Gut, dann leg ich mich da doch hin. Ja, jetzt hat er mich gar nicht gesehen, gell? Bestimmt. Wir haben bestimmt noch keine Thermalsicht oder sowas dabei. Elikopter kommt alle in. Mehr nach. In Bewegung bleiben. Ja, ja, ja. Auf mich musst du nicht warten. So, ist einfach 10 Minuten Zeit. Wir brauchen diese Uniformen. Nimm den am Boden. Nimm du den anderen. Mach ich. Die sind so verdammt aufmerksam. Die... Oh Gott, was war das denn hier? Ich stand da ja gerade für 20 Sekunden rum oder was. Ich hab mich nicht entdeckt. Vor allem sind die erst nachgespawnt oder was. Ja, okay. Wir brauchen diese Uniformen. Nimm den am Boden. Nimm du den anderen. Mach ich. Ja, na, na. Wie, ich soll den anderen nehmen? Wer ist der andere drin? Kommst du mal? Ich kann auch nicht ewig warten. Danke. Oh, mitten in die Krächer rein, deshalb muss man schon stark sein. Schaffen wir sie weg. Ja, komm jetzt. Alter Opa. Verstecken sie die Leiche. Ich bin dabei. Die Kollegen von der anderen Seite, also die Russen, werden noch eh wissen was sie machen. Wurde sich nachher gar nicht vorstellen. Doch Weevers Rettung wichtiger als ihre Mission zu erfüllen und Tarnowitsch zu töten. Weevers Rettung. Weevers Rettung. Weevers Rettung. Weevers Rettung. Weevers Rettung. Liga hat die Stiliebieter aber der Besatz in Bauman müssen direkt voraus sein E-Rail-Geräusche auch in Sicht das genau ist jetzt hier der Feind und wen darf ich töten und wen nicht was ist mit Weaver er ist aufgeflogen Wir fahren wie geplant fort und hoffen auf eine Gelegenheit. Nicht unauffällig, gell? Okay, los geht's. Aha, noch weitere von uns. Die können sich aber auch verdammt schnell umbleiben hier. Unauffällig bleiben. Unauffällig bleiben, okay. Ich glaube, sie haben die Leichen gefolgt. Nein, alles gut. Macht, was sie machen. Kommandozentrale voraus. Ja, danke. Scharfschützen sind nicht gut. Achso, ich bin der falschen Nacht gelaufen. Wir sind hier eigentlich die Einzigen mit Maske, nicht? Ja, ich möchte die Tür wegmesser, bitte. Ich bin nicht unschuld, hier. Ja. Idiot. Ich weiß jetzt nicht, warum sie sich direkt auf uns gefeuert haben, aber... ...deckung suchen Sie! ...deckung sein Grundstab nach. Mehr ausgeschaltet! Ziele! Ja, schade. Ich mag dieses Spiel noch nicht so ganz mit der Anzeige, wann man stirbt. Jede Etage sichern, bevor es weiter aufgeht. Ich schalte den Funk aus. Sie sind hinter dem Schreibtisch! Sie sind hinter dem Schreibtisch! Ja, raus! Scheiße, wir sind erledigt! Ja, jetzt nur erst erledigt, nur von nachdem ich die Anzeige habe. Wahrscheinlich ist es doch schon Entscheidungen zu geben hier, also... ...um eine Sekunde Verlängerung. ...un eine Granate, bitte. Sie sind hinter dem Schreibtisch! Ja, was? Granaten sind ineffektiver als noch was. Würden eigentlich ausreichen, wenn den ganzen Raum zu... Jede Etage sichern, bevor es weiter auf geht. Ich schalte den Funk aus. Die Petroli, bis der Ost, der erst rausgeht. Wir auf! Los! Ja, noch einmal die sinnlose Gewalt. Scheiße, wir sind erledigt! Ich weiß ja nicht, wie der mich jetzt erkannt hat. Aber wir werden schon bestimmt seinen Grund gehabt haben hier. Und da eine Granate hin und da auch noch eine. Und dann erstmal nachladen. Ja, das muss ich nicht so tun. Ey, das ist... Das ist hoffentlich durch die Granate gestorben, oder? Ey, das ist so... Ja, ich weiß, Granaten werden vielleicht overpowered, aber... ...so lächerlich müssen sie das dann auch nicht machen, oder? Ja. Ich werde aber natürlich direkt von der Granate getötet. Wenn man vom Thema spricht. Och nein, nochmal... ...ich schalte den Funk aus. Ja. Die Petroli, wir sind los, der erst rausgeht. Wir haben... Los! Scheiße, wir sind erledigt! Pff. Es geht gar nicht, Delft. Pff. Wir werden mal so ein bisschen vor sich hin. Granate geworfen! Abschuss bestätigt! Noch mal Headshots. Ich bin a�! Nachfordern kann man das noch verlassen, glaube ich. Ich sparte höchstens eins, zwei Schuss pro Person. Mega schönes! Ja! Z rash 소리! Ja, wir haben nämlich gerade... Oh, das sinkt! Echt? Ich hab was��le! Das ist ein Magazin. Das heißt, er lädt schneller. Ja, natürlich. So, so, wir sind so noch hier zu wissen, wo man tippt ist. Um irgendwie offline zu sein. Also ein bisschen Gamersprache eigentlich. Halten Sie! Informationen aufgenommen. Schön. Ein paar extra Punkte hier. Einmal ein Knife-Kill. Ah, doch nicht. Ja, das killt auch bestimmt. Die Höhe. Guckt vielleicht weh. Da würde ich einfach das Kreuz ein bisschen, aber... Das killt eigentlich gleich. Ich probiere es doch nur. Werfe eine Granate! Werfe eine Granate! Äh... X-Ray, bitte kommen Sie, wie soll das? Ich habe Sichtkontakt mit dem Hitler. Ah, jetzt muss ich es nicht weg. Er ist in einem Bunker südlich der Kommandozentrale. Darf ich jetzt Sniper? Äh... Mason, komm rüber! Ja, wohin denn? Ich bin überfordert. Armbrust! Explosivpfeile! Sofort! Ich sicher die Leiter! Feind nähert sich von Morden. Wir sind festgenagelt. Wir haben Gesellschaft! Hehe. Sie sitzen fest! Schalte die Fahrzeuge aus! Ja, das setzt sich als... Sehe ich als Fahrzeug an. Oh, nochmal bitte. Ja. Der Truck, aufpassen! Der Truck ist down. Einen Tippen kriegen sie vielleicht selber noch down. Hoffentlich. Seht ihr nur so, äh, Elite-Soldaten? Aber den kriegen sie nicht hin. Ja, da ja ich nochmal was. Was ist denn die Luft? Das ist ja... Ja, ich kann nicht schießen. Ich muss zoomen. Anscheinend soll ich die nicht ausschalten. Aha! Los, los! Weaver! Weaver! Es geht ist! Ja, dir fehlt aber so ein Auge. Recht sicher! Lenk sichern! Schaffst du die Mission noch, Weaver? John Dears! Hast du das Lenksystem sabotiert? Ich bin aufgeflogen! Soviel zum Thema Schleichangriff. Plan B? Nee! Uns bleibt vielleicht noch genug Zeit, den Start zu stoppen. Wir müssen zum Zweitbunker! Ah! Das finde ich jetzt nicht so schön, sein Auge anzuschauen. Dann mussten sie die Ascension-Gruppe finden und die Wissenschaftler töten! Nein! Töten musste ich! Dragovic! Wir sind aufgeflogen! Weg mit dem Walaklavas! Wir sind aufgeflogen! Weg mit dem Walaklavas! Hier mit der MP5K auf das Ranz schießen! Roger! Beste Idee überhaupt! Einer hat's erwischt! Einer hat's erwischt! Abschuss bestätigt! Beim Geländer! Ziel! Das Geländer beobachten! Ja! Ja!